so ich möchte jetzt erst mal auf die neuwagenmängel teil 1 auf das neuwagenmängel teil 1 video eingehen und zwar auf die kommentare die wir bekommen haben es waren kommentare dabei die waren unter der gürtellinie die habe ich auch gleich gelöscht und ich muss auch ehrlich sagen ich kann es nicht verstehen dass manche leute dann sogar persönlich werden und meinen einen beleidigen zu müssen also das geht deutlich zu weit so was geht nicht ja auf der sachlichen ebene müssen schon bleiben es kamen dann auch kommentare die uns als kleinlich und meckerer bezeichnet haben das ist kritik ob berechtigt oder nicht wir lassen das natürlich stehen wir haben auch darauf geantwortet das ist in ordnung kritik höflich formuliert ist erlaubt wir können es nicht nachvollziehen nachvollziehen denn wenn ich einen gefühlschrank kaufen lässt sich die türe nicht öffnen dann glaube ich nicht dass das kleinlich ist wenn ich an reifendrucksensor für 700 euro in ein auto rein bestellen und er funktioniert nicht dann ist es nicht kleinlich und wenn ich bei einem nagelneuen wohnmobil einen einen wassereinbruch habe wenn ich das mit wasserbefehl also sowas ist nicht kleinlich im übrigen würde ich jeden raten weil es kam dann auch so an man kann dann auch selbst was machen ich würde jeden raten das nicht zu tun denn erstens ich persönlich bin kein schrauber ich habe mir auch kein schrauber mobil sondern ein fertiges mobil gekauft und das in der garantiezeit von der firma auch anstandslos nachgeschraubt wird keine frage wer da selbst anlegt und dann irgendwo eine schraube falsch setzt der setzt dann sogar noch seine garantie auf spiel also das ist keine höflichkeit oder freundlichkeit hier selbst der schrauben anzufangen sondern das führt man schadet sich damit unter umständen selber und das hat auch macht auch gar keinen sinn auf der anderen seite haben natürlich sehr viele positive rückmeldungen bekommen viele haben unsere geduld bewundert ja das sieht so aus dass wir sehr geduldig sind wir haben uns natürlich auch geärgert über diese vielen mängel und die vielen faden die wir dahin machen mussten dazu komme ich aber dann später jetzt im lauf des folgen des anschließenden videos noch mal drauf was mich an der firma bisher geärgert hat das habe ich ja auch anikuliert im teil 1 andere haben dann geschrieben was macht ihr ihr habt dreimal nachbessern lassen ihr könnt doch auch wandeln ja klar können wir das wir können dann rechtsanwalt einschalten könnten wandeln und dass die firma hümer wahrscheinlich auch anstandslos machen das ist ein fahrzeug was in gang gesetzt wird aber was haben wir davon dann haben wir wieder kein fahrzeug ja und es ist ja nicht so dass hier ein mangel gewesen ist der nicht ab nicht behebbar ist jeder mangel den wir aufgeführt haben der ist behebbar es ist auch keine existenzielle mangel dass man sagt wir haben karosserie probleme oder wie es von vielen anderen gehört haben die dann achsprobleme oder sonst was haben also solche mängel haben wir nicht das sind mehr oder weniger kleinigkeiten an komponenten die behebbar sind und ich werde jetzt dann anschließend auch über den fortgang unserer neuwagen mängel berichten und euch da zeigen wie die behebung weitergegangen ist es freut euch erst mal auf das video neuwagen mängel am hümer wohnmobil teil 2 so wir stehen jetzt hier am erwin hümer museum die usi schaut noch ein wenig fernsehen und morgen haben wir unseren nachbesserungstermin und hoffen dass wir dann endlich unser fahrzeug weitgehend mängelfrei weiterfahren können die nachbesserung wird dieses mal nicht vom verkaufs service gemacht sondern angeblich vom hersteller hümer also das sind ja zweimal firma hümer das eine ist die firma hümer die die wohnmobile herstellt und das andere ist die tochter die die wohnmobile auch vertreibt wie ein vertragshändler und wir hoffen dass es jetzt zur finalen nachbesserung kommt der parkplatz ist schön leer im gegensatz zur reparatur stelle da ist alles voll und deswegen haben uns hier hergestellt nur die straße aber ich glaube nicht dass sie uns stört die straße setzen hörweite unter üben ist das produktionszentrum wo hümer steht da werden die fahrzeuge hergestellt da ist die produktionshalle und hier ist also das hümer museum ja dann würde ich sagen zeigen wir euch noch einen weiteren mangel den wir noch haben und der dann auch in auftrag gegeben wird und wir werden berichten wie das ergebnis des nachbesserungsversuches ausgefallen ist jetzt gehen wir erstmal ins bett gute nacht also zu den nachbesserungen sind natürlich noch ein paar kleinigkeiten hinzugekommen wie so ist wenn man das fahrzeug in gebrauch hat aber was das größte phänomen ist das ist unsere duschtüre die hat sich nämlich über den winter verkleinert also diese beiden lasten waren genau aufeinander gesessen weil das hier magnetisch ist und so hat es dicht verschlossen und jetzt seht ihr selber jetzt ist auf einmal ein spalter zwischen also entweder ist das wohnmobil länger geworden oder die türen kürzer auf jeden fall ist jetzt da ein spalter zwischen durch die natürlich dann beim duschen auch ein bisschen wasser ausläuft was man auch noch nicht haben sollte in einem guten morgen wir haben gut geschlafen hier wenn gleich ich sagen muss es gab ein bisschen störung durch die bundesstraße die er direkt gleich daran vorbeiführt also den verkehr hat man gehört aber es war nichts gravierendes gravierender war dann schon als nachts noch zwei rennfahrer hier auf den parkplatz gekommen sind und ihre bremsübungen gemacht haben aber gut es war dann auch eine halbe stunde später war es wieder vorbei und die haben ihren spaß gehabt und wir haben dann doch noch unsere ruhe gefunden ich möchte auch noch was dazu sagen zu den schrauben oder ich möchte das schraube filmen die eigentlich niemals verändert werden darf hier sieht man zum beispiel am stuhl das sind die schrauben die sogar farblich markiert werden weil das ganz gravierende folgen hat oder folgen haben könnte wenn man da persönlich dran rubschraubt deswegen ist es keinesfalls empfehlenswert am wohnmobil etwas selbst zu verschrauben solange garantie drauf ist denn der hersteller wird im zweifelsfall immer sagen das wäre alles mit einem klatsch behoben gewesen aber durch das dass du herum geschraubt hast ist das ganze viel schlimmer geworden abgesehen davon hat man nicht umsonst die garantie sondern die hat man deswegen weil eben manchmal nachbesserungen erforderlich sind und die macht dann auch der hersteller fachgerecht im zweifelsfall immer fachgerechter als es der laie tun kann so und jetzt geht es auf die urs ist fertig wir müssen nochmal uns sorgen dass alle tanks leer sind zumindest die abwasser tanks und dann hoffen wir auf ein gutes ergebnis und werden euch darüber berichten so also wir haben jetzt mit mehreren bereichen zu tun gehabt das war einmal unser kundendienstleiter der hümer werkstatt es war dann auch noch der werkskundendienst und die hümer werkstatt an sich und mit der hümer werkstatt haben wir und ich meine auch berechtigt schon ein bisschen grund zum hadern es hat sich gezeigt dass bei uns schon ein bisschen nachlässig auch gearbeitet wurde ich sage jetzt einfach mal das radio war schlampig eingebaut unser zenec radio ich mache mal separaten film also es ist festgestellt worden dass die kontakte nicht richtig angesteckt gewesen sind und darüber hinaus wir haben jetzt ein neues zenec das aber nur am rande wie gesagt da machen wir extra video und da hat sich herausgestellt dass bei dem alten zenec auch der antennenanschluss gebrochen gewesen ist man hat die badezimmertür wie ich sehr gezeigt habe die hat man erneuert die hatte einen sprung bekommen und jetzt vom werkskundendienst wurde mir gesagt dass man da eine schiene eingebaut hat und unser fahrzeug ist nicht länger geworden unser fahrzeug ist auch und die türen sind auch nicht schmäler geworden ganz einfach man hat die schiene schlampig befestigt so dass durch die fahr vibrationen diese schiene verrutscht ist und dadurch ist diese kleine lücke in der badezimmertür als in der duschtüre entstanden schlampige arbeit auf unsere wünsche ist man bei hümer bei der werkstatt nicht eingegangen es hat immer geheißen und auch von seiten des meisters das geht nicht die gravierendste ärgernis war wieder meister gesagt hat freisprechanlage gibt es bei fiat gar nicht ja und wir hatten das ja schon vorher und es ist steif und fest behauptet worden ich finde sowas einfach nicht schön ja wenn kunden abgespeist werden mit das geht nicht ja einfach um seine ruhe zu haben und man fühlt sich auch als kunde nicht gut aufgehoben weil man einfach das gefühl hat man nimmt unsere menge nicht ernst genauso mit unserem wassertank den wir nach übernahme des fahrzeugs befüllt haben und dann ist wasser ausgedreht beim befüllen ich hätte als verkäufer als händler hätte ich ein schlechtes gewissen dem kunden gegenüber der weit über 100.000 euro ausgegeben hat aber ich kriege das fahrzeug repariert in anführungszeichen zurück und der fehler ist nicht behoben genau das gleiche ebenso mit unserem reifendruck sensor wie lange mussten wir hin und her machen bis die irgendwann mal auf die idee gekommen sind dass sie die reifendrucksensoren überprüfen das war mit der fiat werkstatt die auch in bad weitsee war am anfang besprochen die sollen wir neue vier neue reifendrucksensoren einbauen und sie haben auch gesagt sie machen es und der reifendrucksensor funktionierte trotzdem nicht also alles in allem war sehr ärgerlich und genau das gegenteil 180 grad verdreht haben wir dann durch den werksgrunddienst erlebt was wir aber ausdrücklich sagen müssen unser kundendienst leider von der werkstatt von der hümer werkstatt der hat sich sehr bemüht um uns und hat auch unsere wünsche aufgenommen aber wenn das dann in der werkstatt nicht umgesetzt wird kann er schlussendlich nichts dafür wir danken aber an dieser stelle dass er es vermittelt hat dass wir zum werksgrunddienst gekommen sind und das was wir beim werksgrunddienst erlebt haben das war genau um 180 grad ist was wir bei der werkstatt erlebt haben wir wurden ernst genommen man hat derjenige der werkstattleiter ist auf unsere mängel direkt eingegangen und er hat sogar dinge behoben die wir gar nicht als mängel erkannt und damit auch nicht als mängel reklamiert hatten wie zum beispiel unsere trittstufe es kam dann noch ein mangel hinzu nämlich dass das fahrzeug geknatzt hat das ist einfach durch die vibrationen beim fahren entstanden dieses knatzen ist weg wir haben dann eine probefahrt gemacht es hat dann immer noch ein bisschen geknatzt wir haben gesagt das ist in ordnung soweit können wir gut damit leben aber das war für den werkstatt leider nicht in ordnung der hat gleich seinen werkzeugkasten geholt und hat dieses rest knatzen auch noch beseitigt also da muss ich sagen hut ab auch die lösungen die man gefunden hat da muss ich sagen das ist service gedanke und da sollte sich die hümer werkstatt wirklich ein kleines stück abschneiden das ganze ist so weiter gegangen auch dass wir einen brief an die hümer zentrale geschickt haben und einen brief zurückbekommen haben mit einer dicken entschuldigung das tut uns leid und das passiert normalerweise gar nicht also und das können wir nachvollziehen in ihren ärger und ansonsten war nicht drunter gestanden lass uns in ruhe aber die formulierung war so so nach dem motto das sind alles keine mängel was du da anführst ich habe mir dann erlaubt einen brief an die geschäftsleitung zu schicken und da kam dann bewegungen die sache schlussendlich wissen zufrieden also wir bedanken uns jetzt ausdrücklich beim werkskundendienst hier nochmal der sich wirklich eingesetzt hat und der uns tolle lösungen gemacht hat wir können überhaupt jetzt im moment keinen mangel erkennen am fahrzeug alles was wir gemängelt haben ist behoben und ich weiß es nicht dass man das nicht früher hatte hinbekommen können man hat gejammert und geschimpft auch dass das dass wir so oft da sein müssen was ja auch kosten für den für die werkstatt bedeutet hat aber warum hat man dann die ganzen sachen gleich gemacht es ist doch klar dass wir damit aufgeben ja wenn berechtigte mängel da sind dann wollen wir die in ordnung gebracht haben ja jetzt ist es ja gegangen innerhalb von ein paar tagen war alles erledigt man muss nur wollen ja vielleicht sollte man dann doch das personal ein bisschen besser schulen so das sind wir bei unserer dusche unserer duschtüre das habt ihr gesehen der spalt der da gewesen ist der spalt ist weg beim einbau wurde einfach die türe schlampig an der schiene eingebaut und es hat sich dann etwas auseinander getrifftet ist erledigt so das schneidebrett es hat geheißen da gehört hier eine silikonfuge herein und das gehörer nach unten gesetzt man macht sie aber uns nicht rein weil die silikon weil silikon nicht lebensmittel echt ist ich habe gesagt ich unterschreibe ihnen machen sie es mir rein ich unterschreibe ihnen dass mir das nichts ausmacht dann hat es trotzdem geheißen nein die werkstatt weigert sich das zu tun ich sollte selber machen beim werkskundendienst habe ich dann erfahren dass hier gar nichts rein gehört dass das sogar nach oben gehört dass nämlich wenn man hier etwas schneidet und es tropft dann läuft es in der rille ab dafür ist es gedacht also werkstatt bitte aufpassen produktschulung ja das gehört nach oben und dann gehört kein silikon rein jetzt war die problematik immer dass wenn man darauf geschnitten hat dann ist es da rein gerutscht also es war im prinzip keine richtige lösung der werkskundendienst hat sich dieser problematik angenommen und siehe da es hält was wurde gemacht werkskundendienst individuelle lösung von der firma hümer werkstatt so kann man es auch machen oder man kann sagen zum kunden es geht nicht das ist die alternative ein kritikpunkt war die hümer gedenk minute das heißt immer wenn ich meinen rollo vorne in der frontscheibe herunterlassen muss ich mich da jetzt geht es ganz gut da muss ich da drauf bleiben steht in der beschreibung anders drinnen in der beschreibung steht ein kurzes antippen genügt und der rollo fährt herauf und herunter ich habe gesagt es ist mir einfach zu blöd damit mich ständig dazu verbinden und den rollo rauf und runter zu lassen zehn sekunden lang und siehe da was hat uns der werkskundendienst gemacht also in der beschreibung steht es dass es nur mit einem tipp geht das konnte der werkskundendienst nicht umsetzen also da wäre der aufwand extrem groß gewesen dafür hat man uns eine alternative eingebaut und wenn die usse jetzt da ein bisschen rum kommt dann sieht man das hier ich kann jetzt habe zwar immer noch die hümer gedenk minute aber ich kann jetzt meine rollo auch ganz bequem vom fahrerhausstuhl rauf und runter bewegen ganz hervorragende lösung ganz hervorragende lösung und wenn ihr dahin schaut dann seht ihr da ist ein zweiter knopf und an diesen zweiten knopf kommt der elektrische fensterheber so ein elektrischer fensterheber der nicht funktioniert ist natürlich blöd denn wir stehen ja in unserem fahrzeug auch mal und es brennt hier entweder die sonne rein und ich sage ich brauche frische luft dann möchte ich hier das fenster runter machen oder die alternative ist es kommt jemand her wie man es auch tatsächlich schon gehabt haben und der will mit mir sprechen und und ich mache keine scheibe runter da denkt er ich bin beklopft ja und deswegen habe ich gesagt ich möchte einfach einen fensterheber hier haben der auch dann aufgeht wenn ich wenn der die zündung ausgeschaltet ist und das geht ich hätte das jetzt schon wenn denn die auch dann wäre allerdings die automatikfunktion verloren gegangen mir wurde aber zugesagt dass wenn ein zusatzteil eingebaut wird dann lässt sich die automatikfunktion also die ja so funktioniert dass man einmal drauf drückt und dann fährt es automatisch runter die lässt sich dann weiter bedienen kommt ein zusatzteil ein und dann kann ich den fensterheber mit diesem zweiten schalter auf und zu machen auch wenn die zündung ausgeschaltet ist und ich denke das ist auch für ein wohnmobil eine absolut erforderliche sache sollte meines erachtens auch in der serie schon drinnen sein hatte ich eigentlich auch so erwartet ich war ganz überrascht wie ich das fahrzeug übernommen habe dass das nicht geht die tronic wie pro 3 ihr könnt euch an unseren film erinnern ich setze ihn da oben noch mal rein und das wollen wir jetzt gleich mal ausprobieren wir machen das auto scharf jetzt kommt der team macht es praktischerweise mit dem zündschlüssel mit schraubenzieher wenn ich es mache dann ist das schloss kaputt also deswegen nehme ich jetzt den schlüssel so sperre es auf der tipp jetzt mit dem schraubenzieher gemacht und jetzt macht er die türe auf und es kommt ein funktioniert so muss eine alarmanlage sein wir stehen zu 80 prozent frei oder sagen wir mal 50 prozent auf stellplätze und 50 prozent komplett frei und wir haben zu 80 prozent keinen strom angeschlossen und wir standen an einem stellplatz haben strom angeschlossen gesteckte da drinnen und ich war los und habe zu spät dran gedacht da ist er strom angeschlossen und schon hat das kabel herausgezogen von der stromsäule und hier hat es einen kleinen schaden angerichtet das ganze hat trotzdem funktioniert aber als das fahrzeug beim bergsgrunddienst war habe ich darum gebeten ob sie mal nachschauen sind wir hier ein komplett neues teil eingebaut herzlichen dank das ist einfach service ja und als kleine unterstützung habe ich mir jetzt folgendes gemacht ich habe mir jetzt so einen roten merkzettel geschrieben und immer wenn ich ein kabel anschließe oder auf keile fahre oder eben die heckstützen ausfahre dann lege ich mir das an meinen dacho und ich hoffe dass mir das kein zweites mal passiert wir hatten vorher ja schon zwei camping fahrzeuge da ist es mir nie passiert so ärgerlich dass wir das passiert ist aber sie noch mal glimpflich ausgegangen bei uns das fazit aus unseren beiden neuwagen mannet bei uns ein hümer wohnmobil video bleibt es ist es sind alle mängel nachgebessert ist bestand überhaupt kein kein beweggrund das fahrzeug zu wandeln das war auch nie in unserem sinn das haben wir auch gar nicht ins auge gefasst wir haben von anfang an gesagt dass wir sehr zufrieden sind mit fahrzeug und wir haben gesagt dass es als kleinigkeiten sind die behoben werden können was man ganz klar sagen müssen und ich denke da bist du mit mir einer meinung die leistung der hümer werkstatt ist mangelhaft man hat sich keine große mühe mit uns gegeben man hat auch die dinge nicht kompetent nachgebessert was sich dann vollkommen vollkommen verdreht hat mit dem hümer werkskundendienst da hat man uns ernst genommen da ist man auf die menge eingegangen und da hat man auch gezeigt dass bei der firma hümer eine sehr sehr große fachkunde vorliegt was man bei der hümer werkstatt in bad weidsee vermisst haben willst du noch was dazu sagen wo sie ein freundliches wort zum schluss soweit hatte hellen natürlich vollkommen recht aber ich wir sind jetzt natürlich wirklich froh dass jetzt endlich alles behoben ist und wir jetzt mit unserem kustel wieder auf reise gehen können ja also dieser aufwand für die eigentlich kleinen mängel war total überflüssig wäre nicht notwendig gewesen bei etwas mehr mühe bei etwas mehr sorgfalt und ja vielleicht auch bei etwas mehr können aber jetzt immer zufrieden sehr und hoffen dass es auch so bleibt ja auch guter dinge dass es jetzt so bleibt und ein jahr über ein jahr haben wir noch garantie nicht dass wir das jetzt noch mal brauchen und ja und wir sehen uns dann wieder ja wir berichten weiter von unseren reisen und vielleicht dann in zukunft von unserem schönen sehr gut funktionierenden hümer wohnmobil mit dem wir unterwegs sind vorwiegend in deutschland also in diesem sinne tschüss und danke fürs zuschauen und und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.